Ich dachte jetzt, man hätte alles miteinander gleichzeitig verbinden müssen. So wie so ein Spiegelbild, wo man den Lichtstrahl weiterführen muss. Ich glaube nicht, dass wir so einfach, als ob das schon das ganze Spiel war. Das glaube ich irgendwie noch nicht so wirklich. Das war's für mich. Nö, ist genau gleich geblieben. Ja, anscheinend ja nicht. Anscheinend ist da noch ein Fehler drin. Ah. Ich hoffe, wir sollten noch weiter nach hinten. Die letzte verfügbare Erinnerung. Okay. Dann gehen wir noch ganz hinten. Oh, wo sind wir hier? Nee, ich bin auch noch nicht wirklich begeistert von... ...wie das hier läuft. Da können wir nicht lang. Nee. Geh doch weiter. Los! Dann eben zu. Ja, okay, dann gehen wir halt zur Klippe. Ich wäre schon gerne ins Haus reingekommen. Diese Musik dabei. Warum ist sie halbgrau? Das ist genau der gleiche. Text. Genau der gleiche Text? Ist ja lustig. Das Verlangen ist immer noch da, River zu heiraten. Diese Musik, es hört sich an wie so ein Horrorspiel, wenn gleich was passiert. Aber es ist einfach nur... Eine Erinnerung ist nicht durchgegangen. Okay, so früh, wie wir gehen können. Sollen wir mit ihm irgendwas machen? No? Keiner nicht. Aber das ist doch auch nicht die früheste Erinnerung. Also kommen wir mit uns im Hintergrund gefahren. Ja will nein hier. Als würde ein Film in der Vergangenheit reichen. Naja. Oh! To the Moon gesehen! Ich glaube, haben sie jetzt auf Französisch gesprochen. Okay. Scheint, dass der Film nicht so gut gewesen sein. Scheint, dass der Film nicht gut gewesen ist. Scheint, dass der Film nicht so gut gewesen ist. Da hat sich nichts geändert. Wo ist Dr. Dr. Watson denn eigentlich? Wie willst du denn hier was versuchen? Hm. Das ist keine Zeit für sie. Ja, okay. Oh, was geht los? Okay. Irgendwas ist hier los. Das ist keine echte Änderung. Okay. 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 Hahaha. Was ist das denn jetzt? Ich würde nicht den Duft der Venus schnuppern. Ich glaube, dann hast du ganz schnell kein Hirn mehr. Du kannst es sein! Du kannst es sein! Nein, du kannst es sein! Du! Du willst es gar nicht zum Mond? Was? Oh, okay. Wir sind wahrscheinlich falsch rangegangen. Warum will er denn als alter Mann zum Mond? Der alte Mann hat uns angeflunkert. Ich glaube, du kannst aufhören. Ein fliegendes Auto? Was für ein fliegendes Auto? Irgendeine Person. Wir werden reich und berühmt. Was soll das denn die Brünette? Stimmt, die sind beide Brünette, oder? Nee, 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 nee. Eva ist... Ja, okay, es ist ein dunkelbraun. Langweilig. Okay, ich glaube nicht, dass es was gebraucht hat. Pandioser Fehlschlag. Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Bekommen wir jetzt nicht gesagt, was er noch vor hat? Hallo? Hm? Äh. Ja, okay. Tolle Sache. Ganz Monden? Monden? Aha, was versuchen die damit jetzt? Jo, hat sich glaube ich wieder nichts geändert. Gegen die Wand geknallt. Was zur Gurke? Ja, natürlich klappt das nicht. Nicht? Oh pff. Warum mag ich nicht? Ich fülle. Haha. Okay, sie will Pause machen, er will Anrufe tätigen. Könnt ihr mir mal bitte sagen, was hier gerade abgeht? Was sind euer, was sind eure Pläne? Okay, das ist ja nah dran. Okay. Taubverdächtiger. Ich würde gerne wissen, was sie gehört hat, damit sie angefangen hat mit diesen Hasen. Oh. Das sieht hübsch aus. Schauen wir doch mal. Hallo, Vögelchen. Bitte weiter. Weiter. Das wollte ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht wissen, aber danke. Der ist halt... Das stimmt doch irgendwas nicht. Er ist in der Küche? Warum ist er jetzt in der Küche? Wo war die Küche noch gleich? Hier? Kann ich doch gerade irgendwas anfassen. Ah. War die hier? Ich wollte sie auch schlafen lassen. Okay. Ich kanne. Ich will es jetzt. Ich kanne. Ich werde alles... Ich kanne. Ich kanne. Ich kanne. del Ja? Oh. Der Krieg. Oh nein. Hmm. Hmm. ich meine sie haben dann kopf und kopf unter dem dach genau obwohl es passt auch ein dach über dem kopf und eine passende umgebung ein schönes haus wo sie leben dürfen und zurück in die stadt untersuchen ja ich glaube schon dass wir dann das ganze leben hier vermissen wird wollen ich weiß jetzt auch nicht wie wie lang die schon hier sind eine weiteren fragen so so so